Sklaven der Zukunft Wir merken es nicht und doch sind wir es. Denn ohne manchmal nachzudenken, tun wir unsere Pflicht, ohne es zu merken. Genau wie Angelika Merkel. Denn wie gesagt, wir sind Sklaven der Zukunft. Wir Menschen bestimmen die Zukunft, aber es kann auch sich ändern. Denn vielleicht eines Tages werden die Roboter die Macht haben und dann sind wir die Sklaven der Zukunft. Dann gibt es auch kein Chefs mehr. Wir werden einfach versklavt von der Zukunft. Sklaven der Zukunft bestimmen wir. Sklaven der Zukunft sind wir Menschen. Sklaven der Zukunft, wir sind versklavt. Sklaven der Zukunft, doch was genau ist die Zukunft für uns Menschen? Sklaven der Zukunft sind unsere Gedächtnisse. Wir versklavten uns selbst. Sklaven der Zukunft, wir schreiben die Zukunft. Wir sind die Sklaven der Zukunft. Sklaven der Zukunft. 19, 11, 12, 1, 2, 2, 5, 4, 1, 8, 2, 7, 2, 1, 6, 2, 0. Sklaven der Zukunft, wir gehen dorthin, wo uns der Weg führt. Sklaven der Zukunft, wir öffnen uns jeden Tag die Tür. Sklaven der Zukunft, wir sind die Sklaven.